Die Mad Pride ist heute hier in Bern. Das ist ein Anlass für die Bewusstsein zu fördern für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Bei Mad Pride finde ich wichtig, dass man ansteht und dass man wirklich anfängt, über die Thematik zu reden in der Gesellschaft. Das ist wirklich wichtig. Die Mad Pride sind ein gutes Mittel, um das Psychische Gesundheit auf die Agenda zu bringen. Ich denke, das sei ein gutes Mittel, um das Thema Psychische Gesundheit auf die Agenda zu bringen in die Medien zu bringen, eben auch in die Massenmedien zu bringen. Ich möchte, dass Menschen sehen, wie viel es von uns gibt, obwohl man uns das nicht angesehen. Und dass man miteinander ins Gespräch kommt über diese ganz unterschiedlichen Realitäten. Ich finde es echt eine super Sache.